Liebe Leute, ich bin hier zu Hause bei Albert Kalberer. Ich muss jetzt mal sagen, die Solba ist 65 Jahre alt, ich bin selber im Jahrgang 1953. Albert ist ein kleines bisschen älter als sie, ein kleines bisschen älter. Er hat 47 Jahre auf der Kaffee gewirtet. Ich kann mich noch gut erinnern an die Kaffee, die ich mit dem Skilift eingefahren bin. Der Skilift war fertig bei der Kaffee. Aber wir, ich glaube, Albert, wir fangen jetzt vielleicht einmal an, bevor es überhaupt einen Lift und eine Bahn gegeben hat. Du hast es noch erlebt, oder? Du hast einen Haufen aufgeschrieben, Albert, gell? Ja, nein, nicht unbedingt. Ich musste einen aufschreiben, weil ich das ja während meiner Jugendzeit erleben durfte, wo man den Pizzol nur noch zu Fuss machen konnte und rauflaufen. Und im Sommer sind wir immer auf, während der Schulferien, eben gebärmen. Und damit sie haben wieder Saft machen können. Und für uns ist das natürlich das Grösste gewesen, dass man im Bach und überall noch gewisse Stellen und so machen konnte. Im Primarschulalter. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass im Sommer 1947 ein ganz heisser Sommer war. Und dann konnten wir im Baschalfen Seeob noch baden. Also in Baschalfen? Das ist dort, wo man dann bei der 5 Seenwanderung ankommt. Oder was du gesagt hast? Ja, richtig. Der letzte Seh nach der 5 Seenwanderung. Genau. Wenn man ihn von oben her macht. Bevor man den Grill halten, dann abstimmt. Ja, richtig. Und das war dann eigentlich eine Ausnahme, weil der Sebsen ist wohl der kleinste. Aber er war der tiefste von allen. Und die Wassertemperatur war vielleicht um 13 Grad. Und das war dann in der 7 Zeit im 7 Sommer. Im 1947? Im 1947, ja. Du warst auch noch nicht gerade alt. Ja, 7-Jährigen in der 1. Klasse. Oder in der 2. Klasse. Aber man konnte ja immer mit Gästen diese Touren machen. Und dann hat man natürlich den Eltern auch noch neu geeifert. Es ging ja nicht um grosse Badkostüme. Wie man es so nennt man es unternommen hat. Also sagst du es mit Gästen? Das ist ja schon bevor es das Bad gegeben hat, oder? Ja, ja. Also da hat es damals die Kaffee schon gegeben. Ja, weil 1933 ist ja die Kaffee gebaut worden und eröffnet worden. Am 1. Oktober 1933. Und da hat man Sommer- und Wintergäste eigentlich von all dieser Zeit her schon gehabt. Und das war eigentlich sehr gut besucht. Ja. Weil es gab natürlich auch nicht so viel Gastrobetrieb am Berg. Weil im Sommer war es auch nicht so stark begangen. Aber im Winter, als sie mit den Fällen aufgestiegen sind, hatten sie natürlich schon sehr gute Frequenzen. Das war dein Vater, oder? Ein Initiant von dieser Kaffee. Ja, Initiant war mein Vater und hatte mit einem Bruderzimmer diesen Bau realisiert. Wie hat man das Zeug dazu gebracht? Das ist ja ein Steinehauseiter. Ja. Da gab es keine Bahnen und keine Strasse. Die mussten alles. Bis in die Mittelstation war ein leichter Fahrweg. Und von dort weg mussten sie alles säumen hoch. Was sie mein gewesen ist. Der Stutz darauf? Ja. Es ist dann eigentlich von der Mittelstation, von der Hüttingen weg, wie man sagt, haben sie alles von den Ahornen weg. Und dort war es eigentlich noch nicht so teuer hierhin. Früher für einen Ross und eine Frühformen. Im Tag vielleicht 12 bis 16 Franken. Wow, ziemlich. Und für das Futter musste ja die Formen selbst entsorgen. Und das ganze Käse und das haben sie dann oben auf dem Malangen Kindle aus Holz, eigentlich aus dem Erdreich, rausgewaschen. Und mit dem konnten sie mauren. Also nicht haben sie Sand und Käse aufgenommen. Bevor die Blätter ist, muss ich gleich mal noch zeigen. Hast du das jetzt extra für dieses Gespräch hier noch aufgeschrieben? Nein, nur so gewisse Punkte habe ich einfach, damit ich nicht so vergesse, wenn die verschiedenen Häuser gebaut worden sind, habe ich das dann auch. Also ein paar Notizen gemacht. Und eben wie gesagt, wir sind da, wir sind vielleicht noch mal einschauen, wir sind natürlich noch zu zweit unterwegs. Also darum natürlich schaut ihr auch, vielleicht einmal dort rein und einmal ein bisschen da rein. Aber richtig ist ja, was ihr erzählt. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also wenn Sie das anschauen, was hast du denn ursprünglich gelernt? Das sieht aus wie so eine Schrift von einem Studierenden und von einem Lehrer. Ja, studiert habe ich nicht lange. Das heisst, die Primarschulzeit habe ich zwangsverbraucht. Und nachher an der Sekundarschule konnte man zwei Jahre auf Filters und ein Jahr musste man noch auf das Ergas, weil es keine dritte Sekundarschule gab. Also Universität ist Lebens, gell? Ja, eigentlich, ja. Die Hochschule, die Sargassia. Ja, ja. Aber da muss man schon sagen, du bist irgendwie, also noch die beste Gesundheit, gell? So geistig und nicht, dass du das so schreibst, das ist ja wirklich so, also wirklich hervorragend. Ja, ich habe bis jetzt eigentlich nicht geklagt. Ich habe Gedanken miteinander. Gell? Wahnsinnig, ja, ja. Aber es ist ja, nein, heute ist man ja eigentlich in dem Alter noch nicht alt. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Und vor allem dieser Sohn natürlich. Und dann, ja, eben in der ganzen nachherigen Zeit habe ich noch das Handelsdiplom gemacht. Sekundärsekretärschule Bad Ragaz, bin ich noch auf einem Architekturbüro in Klausters gewesen. Und dann bin ich noch, äh, drei Jahre Buchhalter gewesen, oder vier Jahre in der Plastica Agier Ragaz, bis ich dann in die Hotelfachschule angefangen habe. 47 Jahre nachher, gell, auf der Gafia? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und ich habe auch trotzdem noch viel dazu gelernt. Ja, ja, man hat ja natürlich Auslandsstellen auch angenommen. Ich war in England, zwei Saisonen. Einmal siebeneinhalb Monate in Cornwell und in Kent wieder die andere Saison, dreieinhalb Monate. Und so habe ich mich eigentlich auch als Kellner und Koch und Paarmann auch weiterbilden können. Und bis es dann einfach dargestanden ist, dass die Eltern zu Hause gewesen sind, wie ich ganzjährig zu Hause geblieben bin. Äh, da ist dir auch wahrscheinlich am Anfang einfach gefallen oder gleich lieber nicht. Also bist du jetzt gleich in der Ferne rumgekommen, hast du manchmal erlebt, manchmal gesehen und dann auf einmal dort oben ein Atom, oder? Ja, das war eigentlich für mich sehr schön, nach Hause zu kommen. Und das, was ich gelernt habe in der Fremde und auch in der Hotelfachschule, weiter anzuwenden auf diesen Betrieb. Weil man konnte nicht einen Luxusbetrieb machen, aber man konnte einfach in der ganzen Anwendung viel brauchen, was man gelernt hat. Was hat es denn damals gegeben, weisst du, auf der Furt? Also was ist denn dort gewesen? Ja, es ist eigentlich, unten dran ist natürlich vor der Bahn nur der Feizehirsche gewesen, also der Schönbühl. Genau. Zwangs war der Sternen, noch der Hirsche, die Sonne und dann in Chur aus Bad Wangs. Und dann ist man rauf in Schönbühl, das war die hohe Mittelstation. Eigentlich hat man einem Feizehirsche gesagt, weil er von der gleichen Betrieb geworden ist, von der Familie Kalber und später Beiskulm, die Hirsche hatten. Und dann kam das Zürichhaus, das wurde 1927 gebaut. Das ist schon ein wenig unterhalb der Furt, oder? Ja, das ist unterhalb und wurde vom neuen Skiclub Zürich gebaut. Darum hat man immer gesagt, das Zürichhaus. Ja, ja, ja. Und dann ist nichts mehr gewesen, bis Gafia 1933. Nur Pizolhütte, die eigentlich vom SAC Pizol an 1916 gebaut wurde, ist einfach eine einfache Hütte gewesen, die nur zum Teil als bewahrte gewesen ist. Aber sie hatten immer auch einen Aufenthalt für die Pizolgänger in den zwischenzeitlichen Dingen. Also graue Hörner, Alpine, war dort noch nicht auf der Furt, oder? Nein, die sind eigentlich graue Hörner und ein paar Schalfe und Pizolstübchen, sind während der Bauzeit 1953 von der Bahn gebaut worden. Und 1954 betrieben wurden als Gaststätte. Und das Alpine dann später? Und die Alpine ist 1957 gebaut worden. Und das Verleiss der gleichen Zeit auch, also von 1956 bis 1957, ist das Berghaus Verleiss gebaut worden. Und die Soldanelle ist auch noch während der Bauzeit von Sesseln, also Ski- und Sessellifte gebaut worden. Denn wir haben eigentlich das gut verstanden. Und in dem Ausbau von diesen Skiliften ist zugleich im Sommer ein Einer Sessellift auf der gleichen Dings fahren können. Genau. Also muss ich sagen, Pazalfe ist dann bei der Mittelstation, Soldanelle ist natürlich auch nicht bei der Furt, oder? Ja, die Soldanelle ist ganz Endstation Sesselnifte gewesen von der oberen Sektion. und Kaffee an Pizol heute. Heute heisst das so. Aber das ist damals noch gebaut worden von einer Frau Festi. Und die hat immer im Sinn gehabt, noch eine Bergkapelle zu bauen, mit dem Gewinn aus ihrer Wirtschaft als Initiative. Und sie hat dann auch noch gewisse Bazare veranlasst, ja, das ist natürlich eine sehr turbulente Zeit gewesen. Weil, wie man denkt, die Bahn hat jetzt mal sehr viel Bewegung gebraucht in unser einfaches Dörfchen, wo man eigentlich nicht an den Gedanken hat, dass das so einen Aufschwung könnte geben. Es sind ja insgesamt zwölf Gastrobetriebe nach der Eröffnung der Bahn bestanden. Und insgesamt waren 18 übernachtungs- und Restaurationsbetriebe nachher. Ich habe immer eine Erinnerung, also Pizol für mich ist heute ein Beizenberg, oder? Also, da läufst du eine Stunde, dann hast du wieder eine Beize. Ja, das ist natürlich, aber es war für uns auch ein sehr grosses Plus. Denn da gab es auch noch nicht so einen Kindergarten am Berg. Viele Eltern konnten dann einmal auf einer Terrasse sitzen und haben wieder gesehen, wie ihre Jugend auf der Piste angekommen ist. Weil es praktisch auf jeder Sektion eine bis mehrere Wirtschaften hatten. Und so ist das eigentlich auch als familische Eingebiet von allem Anfang an sehr, sehr geschätzt worden. Jetzt hattest du vorhin so Seiten über die Blätter, bei deinem Heft. Aber weisst du, dass wir dort über die Blätter hatten, haben wir etwas ausgelassen? Weisst du die Seiten vorher? Haben wir heute noch nicht gesagt, was noch zu sagen hättest? Ja, ich wollte eigentlich nach der Bahn, was dann die ganzen Aktivitäten gegeben hat. Weil 1954 hatte es erstmals Strom bis auf die hohe Kaffeeaufgabe vom EW. Weil früher hatten wir ein eigenes Kraftwerk in der Kaffeeaufgabe, wo man mit dem Wasser und dem Generator über Autopatterien, die sehr eingeschaltet waren, hat man dann etwa um die 100 Volt, 90 Volt genau, herausgebracht. Und da haben wir 21 Lampen betrieben und eine Steckdose zum Radio zu hören. Oder wo es dann die ersten Rasierapparate gab, auch zum Rasieren noch zu brauchen. Gestern hat er auch gehabt, oder? Ja. Ein Kaffee war ja beliebt, um zu übernachten. Ja, das ist eigentlich immer, wo man schon laufen konnte, und man konnte im Sternen reservieren. Matratzenlager oder Strolllager. Also Zwangs im Sternen? Ja. Weil die manchmal zuerst am Samstag gekommen sind. Weil es ist hauptsächlich das Wochenendgeschäft, war von den Auswärtigen sehr gut besucht. Und dann konnten sie, wenn sie dann vorbei gelaufen sind, schauen, ob es noch Platz hat. Und konnten sie dann reservieren für die Kaffeeaufgabe, um zu übernachten. Weil man tut es mal am Samstagvormittag noch in eine Menge Geschäfte, wie auch Handwerkliche, mussten arbeiten. Und dann sind sie manchmal erst nach dem 10 Uhr rauf gekommen. Weil die Kaffee war gerade etwa mittel, die Zeit des Aufstiegs, Wangs, die Kaffeeaufgabe, die Pizzol-Gipfel. Genau. Weisst du, da oben war ein Pizzol oben. Und dann kam ein Mann, da kam ein Gewitter. Da ist man manchmal eingesecklet, und hat dann quasi Schutz gesucht in der Kaffee. Dann warst du froh gewesen, wenn der Sommer geschlagen hätte? Ja. Im Sommer der Schutz des Regens, und im Winter der Schutz der Winterstürme, die es gegeben hat. Und so ist es natürlich, 1954, konnte man jubeln, weil wir Strom hatten. Und das erste Koch-Ertchen, es war so ein Tiebeherr, mit vier Elektroplatten, und eine Holzführung daneben. weil... Weil... Bist du damals schon gewöhnt gewesen, von zu Hause her? Und in den Bäuelern, wie? Aha. Bist du damals schon gewöhnt gewesen, von zu Hause her? Weisst du, die Bärde musst du einheizen, mit Holz und allem drum und drum. Ja, ja. Aber eben, es war ein Kombinationswerk mit Holz. Und früher hatten wir ja noch Holz. Aber das Holz haben sie natürlich, weil die Kaffee auch über die Wahlgrenze gebraucht war. Es war sehr beschwerlich, um zu arbeiten. Sie mussten das auch von der Wahlgrenze mit Rost rauf ins Elmen. Und dann ist das in der Kaffee, in diesem Holzschopf, verarbeitet worden. Für den Kochherd, wie für den Ofen. Weil die ganzen Dinge vorgebach sind, hat man alles Brot selber gebach. Und hat einfach ein minimales Angebot für die zu essen gehabt, wo mir halt Wurstsachen, oder was Broten oder Voressen oder so gewesen ist, auf das Wochenende. Und sonst ist ja eigentlich der Tourist mehrheitlich gewinnt, sich aus dem Rucksack selber zu verpflegen. Und hat dann einfach die Haie, die Wunsch und auch Wein hat man natürlich immer gehabt, wo man selber im Fässchen auch mit der Rost rauf transportiert hat und hat den Orden abgezogen in Halbliterdreher und Literflaschen. Weißt du, du redest jetzt immer von Touristen usw. Aber ich kann mich einfach erinnern, zu meiner Zeit, ich bin ja auch Jahrgang 53, die Einheimischen sind in der Kaffee gesorgt und die Touristen vielleicht eher ein bisschen bei Zoolock. Du hast auch ganz guten Traut zu den Einheimischen gehabt. Ja, hat man eigentlich immer sehr guten Traut zu den Einheimischen gehabt. Und wir nochher auch zu den Bahnangestellten und so. Und das ist für uns eigentlich auch immer Bestätigung gewesen, dass wir gerne eingekehrt sind in die Kaffee. Aber ich habe ja während der ganzen Karriere in der Kaffee, in diesen 47 Jahren, eine Viertelmillion Übernachtungen gehabt. Was eine Viertelmillion? Ja, eine Viertelmillion Übernachtungen. Im Jahr? Nein, im Jahr 10'000. Ja. In den besten Jahren. Und das waren hauptsächlich die 70er Jahre. Und in diesen 47 Jahren eine Viertelmillion? Ja, ja. Unglaublich. Und ich war auch in den Job. Hast du denn deine Sprachkenntnisse noch brauchen? Ja, sicher. Man hat auch internationale Leute gehabt. Prinzessinnen auch? Wie? Prinzessinnen. Weisst du, so richtig Reiche. Nein, Prinzessinnen hat man eigentlich nicht gehabt. Und mit Charles konnte man auch nicht reden. Er war immer ins Klosters. Nein, er war dann auch auf Besuch im Lichterstein beim Fürst. Und er kam dann in den Skifahren an Pizzol. Aber wurde natürlich durch seine Security eigentlich abgeschodet Aber man hat ihn schon gerufen. Schau, 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 schau. Und auch Zoraia, sie waren früher noch jemanden am Berg. Heulen. Also zu Zeiten, als er noch mit dem Schaha Kürrhoten war? Nein. Eigentlich noch eine Scheidung. Da hatte er schon Fahrradiba. Aha. Aber der in der Soldanelle ist eigentlich auch so eine illustre der Robert von Moos. Und der hat immer behauptet Zoraia sei bei ihm auf der Terrasse. Haha, das könnte so sein. Aber die Heimischen kennst du natürlich die Schuhmacherlis Agnes. Seid ihr das noch? Jaja, sicher. Die hat man natürlich kennt, obwohl sie viele jünger sind. Sehr gute Skifahrer waren. Und ich habe eigentlich die Verbindung zu allen jungen Leuten eigentlich sehr gut gehabt. Auch in der Kaffi. dort ist ein Rennen dahinter der Kaffi. Dort hinten auch. Wo jetzt vor der Vreni Schneiderland ist. Das sind dann natürlich die, die dort das Rennen hatten. Ja, eigentlich je nach Schneelage sind die Rennen später viel vom Kalkhofen bis in Kaffi. Oder wenn sie länger waren in Kalkhofen bis im Vorteig. Und ja, so ist eigentlich die Jugend auch sehr, sehr gut gewesen. die auch in sich wieder aufwärmen gekommen ist während der Zeit in der Kaffi. Gut, das muss ich dir mal sagen. Also, wie gesagt, ich muss jetzt einfach schnell durchgehen. festgestellt, ich bin jetzt immer neben Albert Kalkhofen und so. Also, so wie er hier erzählt, ist unglaublich. Ich glaube, hast du keinen Blick auf deine Notizen geworden? Das ist fast wie hinter einem Spickzeck. Nein, nein. Notizen sind nur Spickzeck. Also ja. Gut. Ja. Wir hängen dir jetzt gleich einmal noch auf die Bahn, Albert. Ich kann mich erinnern, Von der Furten weg ist man dann mit dem Skilift dazu. Das war zuerst ein Steinstock gewesen und dann ist man mit dem Skilift fast in die Gaffia eingefahren, oder? Mehr oder weniger ist dann wieder weitergegangen, oder? 200 Meter über die Gaffia war die erste Station vom Skilift des Summers Essellift und dann ist es auf der gleichen Ebene Eben, das habe ich nicht recht gewusst. Entschuldigung. wenig auseinander, also das sprich, es waren vielleicht etwa 80 Meter war dann die zweite Station gekommen, wo dann von der Gaffia bis in Soldanellen hoch war. Ich habe eine Summer recht in Erinnerung. Da hast du gesagt, im Sommer ist von der Furten weg den Gaffia dann ein Sessellift? Richtig, ja. Aha, ich habe eine Summer in Erinnerung. Ja, das ist dann einfach hinten umgebaut der Skilift auf einem Sessellift. Jawohl. Und auch die Obersektion und wie ich denke, als nach 1991, ja, das war schon der Doppelzessellift war. Aber es gab eben die Radio-Wanderungen und dann hat man damals schon bis zu 2'000 Personen aufgebracht mit dem Lift, obwohl man mit der Gondelbahn 320 bis 350 transportieren in der Stunde und im Sessellift sind sie natürlich nicht einmal die Hälfte gewesen. Und dann haben sie Platzkarten verteilt. Einfach wieder so 30 Personen miteinander hatten einfach die gleiche Nummer und konnten einkehren auf der Furte und dann haben sie aufgerufen, die Nummer 30 bereit und dann sind sie dann raus, als es eigentlich nicht zum Schmerz der Gäste ging, dass sie immer Platzkarten hatten also Nummer im Winter und dann sind kolonnenweise angestanden zwangs und wir mit uns zack zack und die ganze Kolonne und dann haben sie immer studiert, wie machen diese an die Bursten das? Kannst du dich erinnern an das? Nein, ich eigentlich nicht. Gut, du warst auch die Obe. Als ich mal am Berg war, konnte ich sehr, sehr wenig gehen Skifahren und ich bin auch nicht hoch und ab. Gott sei Dank hatte ich eine Frau, die noch gerne einkaufen ist oder musste. Sie konnte weg. Einmal in der Woche konnte sie posten, das man dringend gebraucht hat. Du bist dann einfach Tag und Nacht oben gesehen? Ja, im November bin ich meistens hoch und vor Ende April nicht mehr. Und Stunden zählt hast du nie? Nein, das habe ich nicht. Vielleicht gescheiden? Ich wurde auch nicht entschädigt. Aber die Zeit, die man konnte, man hatte ja sieben Tage die Woche. Und manchmal das, weil diese Gäste auch nicht immer am Zähne geschlafen sind, weil sie in den Tal noch Polizeistunden hatten. Und dann haben sie es natürlich auch mal ausgenutzt, als sie bis am Morgen eins, zwei geblieben sind. selber ist sie nicht mehr stunden geblieben. Und das eigentlich über Monate im Winter. weiter. Weisst du, was wir nie so ganz begriffen haben? Ich habe ja vorhin gesagt, man fahre fast ein Kaffee eingefahren. Aber auf einmal sind die beiden einen Sessellift gekommen. Und dann ist man irgendwie, ich kann mich gut erinnern, ich konnte nie verstehen, man ist eigentlich immer so ein büsser Kaffee vorbei gefahren. im Winter fahre in den Alp-Kaffee nach. Im Sommer ist das eine schwierige Geschichte. Du bist dann unten und läufst ganz Einfurt. Im Sommer von der Alp-Kaffee Bergstation zum anderen Sessellift. Warum kam das Verleckung von den Tal- und Bergstationen? Ja, man hat einfach geglaubt, man könnte sich da Vorteile schaffen, wenn die Liftlängen gleich lang sehen. Das wurde dann einfach immer angewendet als Ausrede. Und dass der Platz zwischen den Stationen eigentlich für Skifahrer und Grosszeuger konzipiert sein als gegenüber der anderen Bau. Aber es gab ja ein zweites Projekt, wo die Stationen wahrscheinlich bleiben wären. Es wollte eine Umwandlung durch andere Führungen, durch das Modell Kleibenschädel und die Stationen mit der Karagierung anders planen war, praktisch auf der gleichen Höhe wie die alten Stationen waren. Hauptsache Naturgegebenheiten für die Karagierung auszunutzen und Stationen am gleichen Ort lassen, wo sie gesehen als in der gleichen Strecke führen. Ich glaube, die Karagierung war, waren Pistenfahrzeuge nach hinten. Das ist richtig, wo die alte Station der Ski und Setel. Dort haben sie die Pistemaschinen als Werkstatt oder als Tanklager und sie nutzen ist am gleichen Ort. Gaffia gehört eigentlich immer noch eurer Familie. Im Moment ist es verpachtet. Es ist kein Einheimischer mehr drauf. Er hat einen Sommerbetrieb im Schaffhausischen oder im Durgau und hat für den Winter ein besseres Geschäft gesucht. Wenn es ihm gut gefällt, hat drei Jahre einen Versuch gestartet und vermietet. Was sind deine schönsten Erinnerungen? Es war viel Arbeit, aber nur schön. aber es ist eigentlich ja man hat so viel Highlife gehabt. Das schönste war immer der Kontakt zu den Gästen und so konnte man meine Meinungen wieder austauschen. und weil es einem gut ging, konnte man immer investieren und hat immer geschaut, als man das Geschäft auf einem Vordermal gebraucht hat. Wie ich denke, die ganze Wärmerückgewinnungsanlage war was man an 79 war gleich teuer als die erste Gafia, die sie gebaut wurde. Das war 40'000 Franken. Du bist ein weltoffener Mensch, du bist auch ganz diplomatisch, also du trägst nicht irgendwelche Probleme mit oder auf jeden Fall äusserst das nicht. Du wolltest immer mit dem guten Gedanken anstossen. Auf jeden Fall. Das ist, wenn man positiv denkt, kann man auch noch positives weitergeben. Und ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, als ich auch noch während der strengen Zeit, als ich in der Gafia war, viel auf Reisen gehen konnte. Die Frau war nicht gerade präzise der Reisemensch. Sie ist lieber daheim bei der Familie geblieben, aber ich habe eigentlich ganz Südostasien, Neuseeland und die ganzen nordischen Staaten bereisen können. Und mit ihr habe ich ganz Amerika dann auch einmal bereisen können. Das hat sie dann mitgemacht. 1965 haben wir geheiratet und sind jetzt mittlerweile 54 Jahre verheiratet. Denn nur miteinander ist es gegangen, einen solchen Betrieb zu bewältigen. und ich kann nur dankbar sein, als ich diese Frau gefunden habe, die immer am gleichen Strick gezogen hat, wie ich. Und darum geschäftlich hat das geklappt. und daran auch gewisse Freiheiten geschaut. Du hast so gerne einen Rückenweg gehabt, in Karien gesucht. Aber die Frau hat auch Verständnis Erwin Schneider geheiratet. Erwin und er war auch mehr Reisevogel als ich. Und so konnte ich immer mit ihm verschiedene grossen Reisen auch machen. Die Frauen konnten sicher sein, dass wir ganz brav sind. Das ist schon klar. Du und ich und wir zwei sind hier ganz brav. Wir schauen noch ein paar Fotos an. Natürlich gibt es noch viele Sachen zu zeigen, aber es wäre vielleicht noch interessanter zu probieren, mit der Kamera noch draufzupunzeln. Ja, ich habe zum Beispiel die Weig von der Luftsalbahn und Wangsbizoll noch den ganzen Dings, was ja auch ein sehr grosses Versch war. Ich habe eigentlich einen sehr schönen Fundausnah von alten Zeiten. Und dann hier natürlich auch die Pizoll mit der ersten Ba. Ba. Oh ja, Apropos die Ba. In der Mittelstation hatten die Ba. Die Ba. wieder zur anderen Station bringen. Und das war der erste Radtruck der Pizoll hatte. Der ist 1972 der angeschaft. ist ein Radtruck. 1968 wurde der angeschaft. worden. Und ich habe einen jahrelang zur Versorgung der Gaffia gebraucht im Winter. Weil während der Wintersaison habe ich bis zu 80 Tonnen Getränke und es war trotz der Einkellerung, die man im Herbst immer gemacht hat, gebraucht über die vier Monate. Und so war das willkommen. das Leergut und jeweils das Volley mit diesem Radtruck transportieren. Eben, nachher sind es oft mit dem Meistenfahrt so gut transportiert worden. Und später hat er natürlich auch zählbar extra Körbe konzipiert, die mit dem Räumschild auflaufen und das war eine sehr grosse Erleichterung für den Transport. Weil man hat das laden, sie mitnehmen und wenn man es wieder ausgeladen hat, hat man das Lehrgut wieder mitgeben. hat natürlich viele Fotos zu zeigen. Hast du ein paar Fotos? Ja, ich habe schon ein paar. Die Kleber, die bei Zoll war auch etwas, das den Schorst Grünenfelder hat. 75 Jahre mit Gaffi 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 Ich habe die eigentlich noch als Erinnerung für so ist es gut, wie gesagt, es ist eine Erinnerung. Gaffi ist eigentlich 1980 ist ja heute noch ungefähr, dort. 1980 ist ungefähr, 1980 war eigentlich so. Und dann im 33 war noch ohne der ganze Zubau. da ist der Holzschopf und das kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Und 1957 haben wir den ersten Saalanbau gemacht. und auch Zimmer. Und ein wenig auch sehr schön gemacht. Rustikal, oder? Ja, man hat eigentlich sehr viel Holz verwendet. Und das sind die zwei Betriebe, die ich später noch gegründet habe, das war Roses Stadel und die alte Alp Gaffia. war heute sehr innovativer Unternehmer. Ja, wie man denkt, was ich zur ganzen Infrastruktur von Bizzou beträgt habe. Ich habe zwei Kilometer Kanalisation auf eigene Rechnung bauen, weil die Gemeinde war nur verpflichtet, Kanalisationen zu übernehmen, die zehn Personen ganzjährig gewohnt haben. Weil wir vier Kinder, wir zwei, sechs, hat nicht gelangt für zehn Personen ganzjährig. Und das war ein Stangengeld, der heute eigentlich fast... Also mit einem Güterloch hat es nicht gelangt? Nein, früher hatte man das Drei-Kammer-System. Genau. Aber als die Jahre in Sargans kam, von 1973 weg, sind dann Verpflichtungen alle Häuser anzuschliessen, weil sie allen Tiefausfällen ausweichen wollten. Der Überlauf von Kläranlagen, die eigentlich gut klärt waren, sind schlussendlich gleich im Bach gelaufen. Oder ins Falleisei. Genau, ins Falleisei, das ist wieder ein anderes Thema. Falleisdobel, fast einmal wäre es noch überbrückt worden. Fast einmal hätte es eine Brücke gegeben. das war einmal der grosse Tag, eine Brücke zu machen. Ja, bei Sol mit Herzen gibt es Kaffee und Spielplätze, statt eine Brücke. ja, ja, es wäre natürlich, eben, wie länger man jetzt gewartet hat, ist die Attraktivität welcher Weg auch geschwunden, denn welches Gebiet hätte nicht schon eine Hängebrücke heute. Ja, natürlich. Und wer zuerst packt, verkauft Brot. Genau. Albert, man könnte noch viel reden, aber mich interessiert, was ist dein grössten Wunsch für dich und auch für deine Pizzol? Ja, ich hoffe, einfach wieder, dass eine gewisse Stammkundschaft vermehrt wieder kann, um Pizzol begeistert zu werden, weil es ist natürlich viel schwieriger, als du zu meiner Zeit, als ich an Pizzol gewürtet habe, weil es sind immer wieder gestrichen worden, die ganzen Stipendien oder die Zuschüsse von Jugend und Sport für die Skilager und Skilager haben eigentlich die Gäste von heute sind die Kinder also die Kinder von gestern sind die Gäste von heute und wenn das nicht mehr gefördert wird, dass die Jungen wieder Skifahren und Sportferien machen, dann wird es auch mit dem Skitourismus durch die Vielfalt, die man heute hat, in allen sportlichen Aktivitäten weniger weniger wird oder sehr schwierig stabil zu halten. Darum hoffe ich, dass Gewicht darauf aufgelegt wird, dass für die Familien die ganze Preispolitik einfach noch Rücksicht genommen wird, sei es auf Bahn und Restaurant und dann haben wir eigentlich nichts zu fürchten, weil vom Schnee her sind wir ein Gebiet, das seit Jahren super schneesicher ist, mit oder ohne Beschneiung nur der ganze Komfort der Piste verlangt natürlich heute die Beschneiung. Aber sonst muss man sagen, am Resultat sind die Beschneiungen natürlich ein sehr grosses Minus in der ganzen Bewirtschaftung von allen Skigebieten. Weil alles, was man künstlich machen muss, kostet Geld. Du wünschst ohne irgendwelchen Argwohnen alles Gute und dann Fortbestand, oder? Ja, Fortbestand und eigentlich eine Steigerung wieder von den ganzen Aktivitäten und eben dass es wieder so weitergeht, als man irgendwie Angleichungen von den 70er und 80er Jahr wieder wieder haben, wie es war, zu unserer besten Zeit in Pizzou. Wohl zu v in 20er Jahr